In The Deer Guard vom Indie-Entwickler Synopt Studios steuern wir einen Hirsch durch eine wunderschöne 2,5D-Pixel-Welt auf einer interessanten Reise, denn wir sind nicht einfach nur irgendein Tier, sondern eigentlich ein Rotwildjäger, wiedergeboren in den Körper seiner früheren Beute. Das hintergründige Thema des Spiels ist also Reinkarnation und Karma. Vordergründig müssen wir aber erstmal den Trip überleben und das stellt uns vor einige Platforming, aber auch Puzzle-Aufgaben. Es gibt eine zufällig generierte Welt, verschiedene Items, die meine Fähigkeiten verbessern und eigentlich auch Permadeath, aber eben nur eigentlich. Unser Hirsch wird im Laufe eines Spiels älter und hat er die Adoleszenz erreicht, kann man sich sehr jugendfrei mit anderen Hirschkühen paaren, Nachwuchs zeugen und so im Falle des eigenen Ablebens mit seinem Sprössling weiterspielen. Warum? Weil The Deer Guard auch eine Geschichte erzählen will, die über andere Tiere, aber auch über Quests vorangetrieben wird. Wo genau das hingeht, ist im Moment aber noch nicht zu sagen, denn hier kommt der Knackpunkt. Das Spiel hat im Juli erfolgreich seine Kickstarter-Kampagne beendet und ist nun im Early Access erschienen. Es sind noch nicht alle Features im Spiel, aber vor allen Dingen sind die, die da sind, oft nicht so einfach zugänglich. Vieles wird mir gar nicht oder nur unzureichend erklärt und weil sich das Spiel wie ein Endless-Runner anfühlt und einen sehr guten Fluss hat, ertappt man sich oft dabei, immer und immer wieder dieselbe Passage zu durchlaufen, weil man offensichtlich irgendeinen Detail übersehen hat oder es sich nicht erschließt, was genau man tun soll, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Es ist also eher noch ein Grundgerüst. Laut Spielbeschreibung fordert das Spiel nicht nur meine Platforming-Skills, sondern auch mein Verständnis von der Religion heraus, davon habe ich bisher noch nichts gemerkt. Dafür wirken die Story- und Gameplay-Elemente noch zu aufgesetzt und unzusammenhängend. Also, lohnt sich The Dear God. Für 10 Euro bekommt man im Moment eine ganz interessante, vor allem aber schöne und stimmungsvolle Gameplay-Demo, mit der man sicher schon eine Menge Zeit verbringen kann. Allerdings würde ich jedem, der interessiert ist, empfehlen, auf die fertige Version zu warten. Das Spiel wird bestimmt mal eine extrem dichte Atmosphäre haben und viel davon leben, die Welt um sich herum zu entdecken und es macht einfach wenig Sinn, dieses Erlebnis mit der jetzigen Version zu spoilern. Wer es nicht erwarten kann, macht bei dem Preis sicher auch nichts falsch, sollte aber auf einige Frustmomente gefasst sein. bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.